Ok, ok. Gewonnen. Erstmal konzentrieren auf das Match hier. Ich sehe nichts. Ich laufe mal auf den Bügel. Ja, dieser Vulkan ist ein bisschen riskant, aber egal. Ja, da müssen wir aufpassen, wir dürfen nicht zu nah ran kommen. Kriegen wir da schon. Nur nicht reinfallen. Alles andere ist ok. Ok, also ich bin... Active. Ja, siehst du was? Irgendwie auf dem Radar noch Licht. Ich geh jetzt mal hier rum. Gucken, ne? Uh, lava lava lava. Zu rechten sehe ich nichts. Lava lava. Lava lava. Oh, direkt vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns. Recht. Brawler. Ok, ich hab schon mal den zwei reingeknallt, dem Ulla. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Damit ich ne Schussoption krieg. Ok. Also wenn sie über den Hügel kommen. Ja. Ulla ist schon gut demoliert. Vorsicht, Burner. Die kommen auf dich. Ja, ja. Fokus, äh... Ich hab... Ich hab Mask, also... Ok. Ok, Ulla hat jetzt schon mehrere abgekriegt. Die fokussen nicht. Stop, stop. Du. Ok. Ok, Kuga. Ok, Kuga. Der linke oder der rechte? Da haben wir frei. Kyra oder der andere? Ah, fuck. Ah, ok. Gut, das war's dann wahrscheinlich. Die waren voll Brawl gegangen. Hätten wir wahrscheinlich auch machen müssen. Mit 3-Fuger-Elf. Aber... Naja... Hätten wir zu cheesy. Hätten wir zu cheesy. Hätten wir zu cheesy. Brenne! Ja. Ja. Ok. Ok. Der Cheese hat gewonnen. Der Cheese hat echt gewonnen in dem Fall. S.J. ist allgemein cheesy. S.F. Ja. Ali. Der User hat deinen Kanal erinnert. Oh, du bist bereits in. Ja! Es endete. Der Winner war der Cheese.